Glück auf Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute will ich mit euch meinen Gaming-PC zusammenbauen, auf was ihr alles achten müsst, wie man das Ganze zusammenbaut und das Ganze ist mit freundlicher Unterstützung von BeQuiet. Willkommen Leute zum ersten Teil und zwar möchte ich euch im ersten Teil mein Gehäuse vorstellen. Ich habe hier das BeQuiet Silent Base 800, ist ein sehr, sehr schönes Gehäuse. Wundert euch jetzt nicht, wenn das Ganze nicht synchron ist, ich spreche das einfach nach, weil mir einfach die Aufnahme mit der Kamera nicht so gut gefallen hat, weil man sich halt doch viel bewegt und die Stimme dann halt immer ein bisschen anders klingt, deshalb habe ich mich entschieden, das Ganze nachzukommentieren. Ja, meine Variante ist hier schwarz-orange, finde ich sehr, sehr schön, passt auf jeden Fall extrem gut in jedes Gaming-Zimmer und gibt es natürlich auch noch in zwei anderen Varianten, einmal in komplett schwarz und einmal in schwarz-silber, also könnt ihr euch auf jeden Fall ja eure Lieblingsfarben raussuchen, bei mir war es halt schwarz-orange. Die Front hat so ein bisschen Metall-Effekt, sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Wenn man jetzt hier die Klappe öffnet, dann sieht man hier schon genügend Platz für CD-ROM-Laufwerk, USB-Slots oder was ihr sonst noch braucht. Die Klappen sind auch gedämmt, sodass halt wirklich ab da schon die Dämmung beginnt, dass so wenig wie möglich Geräusche nach außen übertragen werden. Wenn wir jetzt hier die untere Klappe einmal öffnen, kommen zwei große Lüfter zum Vorschein und zwar sind es zwei 140mm Pro-Rings, zwei Lüfter, sind wirklich sehr gute Lüfter und was mir auch sehr gut gefallen hat, dass einfach davor nochmal ein Staubfilter ist, dass wirklich kein Staub in das Innere des Gehäuses gelangen kann. Man kann hier einfach den Staubfilter ablehnen und einmal sauber machen und dann hat sich das Ganze auch schon erledigt. Ihr seht jetzt hier nochmal die Lüfter etwas näher aufgenommen. Wundert euch nicht über die orangenen Kreise, das ist die Halterung und zwar dient das Ganze dazu, um die Lüfter vom Gehäuse zu entkoppeln, dass die Lüfter keine Schwingungen, Vibrationen oder sonst was auf das Gehäuse übertragen. Finde ich sehr, sehr clever gelöst und funktioniert auch wirklich super. Also man hört dieses Gehäuse überhaupt nicht. Oftmals kennt man das ja, dass das Gehäuse dann so ein bisschen vibriert, weil halt die Festplatte und die Lüfter ja einfach die Vibration auf das Gehäuse übertragen. Hier sehen wir das Ganze mal von der Seite. Wir haben jetzt hier den Seitendeckel abgemacht, hat man zwei verschiedene Ansichten. Das ist halt die hintere Ansicht. Man hat hier die Möglichkeit zwei SSDs anzubringen, finde ich auch sehr, sehr schön, dass man da einfach seine SSDs festschrauben kann. Und das Orange, was ihr seht, das sind so, ich nenne es einfach mal Gummimuffen. Da könnt ihr eure Kabel durchlegen und die Kabel dann halt wie gesagt alle auf der Rückseite verlegen, sodass ihr halt wirklich von, wo eure Grafikkarte und Co. ist, kein Kabelkaos mehr habt, sondern alles auf der Rückseite. Der Seitendeckel ist natürlich auch gedämmt, wie ihr hier wunderbar sehen könnt. Finde ich echt super, dass sie die Dämmung von vorn bis hinten auf jeden Fall durchgezogen haben. Hier in der Mitte könntet ihr noch einen Lüfter anbringen. Wenn man das jetzt mal von der anderen Seite nochmal betrachtet, hat man hier wirklich so Schrägen, wo dann wirklich die Luft gut angezogen wird. Jetzt mal das Gehäuse von oben ist natürlich nicht optimal aufgenommen, aber ich denke, man erkennt auf jeden Fall, was ich euch hier zeigen will. Und zwar hat man hinten nochmal die Schlitze für die Lüfter, dass die Luft nach oben raus kann. Vorne mal wirklich einen schönen Powerknopf, mal wirklich groß und nicht so klein. Finde ich eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0 und natürlich die Klinkenanschlüsse. Jetzt haben wir hier das Gehäuse nochmal von der anderen Seite, da wo halt wirklich dann euer Herzstück hineingebaut wird. Ihr seht schon, es ist sehr, sehr viel Platz. Man hat hier auch die Möglichkeit, noch oben am Gehäuse Lüfter anzubringen. Auch auf der Rückseite habt ihr einen 120 mm Purwing 2 Lüfter. Also ihr seht, auch hier haben sie wirklich gute Lüfter verbaut. Das Ganze ist natürlich auch wieder vom Gehäuse entkoppelt. Wenn ihr natürlich noch ein bisschen mehr Platz braucht, habt ihr halt einfach hier die Möglichkeit, die Schächte für eure Festplatten auszubauen. Und damit habt ihr wirklich extrem viel Platz, dass ihr auf jeden Fall alles, was ihr verbauen wollt, da reinbekommt. Und ja, der eine oder andere hat vielleicht auch eine kompakte Wasserkühlung. Die könnt ihr mal zum Beispiel auch dort vorne anbringen. Ich werde meine kompakte Wasserkühlung aber oben anbringen. Werdet ihr auf jeden Fall in den weiteren Videos dann sehen. Man kann halt auch beide Gehäuse rausnehmen, also wirklich, dass man da komplett Platz hat. Was auch sehr schön ist, ist einfach das Zubehör, was mitgeliefert wird von BeQuite. Also das lässt wirklich keine Wünsche offen. Ich hatte genug Kabelbinder dabei, genug Ersatzschrauben. Also mehr als ich weiß gar nicht, für was man die alle braucht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hier haben wir wirklich, ja, was sehr, sehr schick ist. Und zwar ist das die Halterung für die Festplatten. Am Anfang war ich ein bisschen irritiert, beziehungsweise habe mir nicht vorstellen können, dass das wirklich gut funktioniert. Aber es ist eine sehr, sehr gelungene Sache. Und zwar hat man hier zwei Gummihalterungen, die man rechts und links einfach an die Festplatte schraubt. Und dann kann man das Ganze in dieses Gehäuse da einbauen, also was für die Festplatten vorgesehen ist. Und das hat wieder den Effekt, dass die Festplatte vom Gehäuse entkoppelt wird. Sprich, die Festplatte, egal wie viel Krach die macht oder wie sehr die vibriert, sie überträgt so gut wie keine Schwingungen auf das Gehäuse. Und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Idee, um einfach dem Gehäuse keine Möglichkeit zu geben, ja, Vibrationen aufzunehmen. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie man die Gummihalterungen in das Gehäuse einbaut. Natürlich muss man vorher die Gummihalterungen an die Festplatte festschrauben, beziehungsweise an das Gestell der Festplatte, wenn man zum Beispiel eine SSD verbauen will. Und dann sollte man das Ganze einfach hier ins Gehäuse easy reinschieben können. War natürlich so jetzt ein bisschen schwierig, weil die Gummihalterungen natürlich beweglich waren und ich keine Festplatte verschraubt habe. Aber ich denke, um mich das Ganze mal zu zeigen, sollte das auf jeden Fall ausreichen. Wir haben natürlich auch noch hier am Boden einen Staubfilter. Finde ich sehr, sehr schön. Ist für das Netzteil geeignet. So, dass das Netzteil unten verbaut werden kann und da auch kein Track anzieht. Zum Schluss natürlich nochmal das ganze Gehäuse geöffnet. Ihr seht ja nochmal, wie viel Platz das Gehäuse wirklich bietet. Also es ist ein sehr, sehr schönes Gehäuse geworden und sieht natürlich optisch sehr, sehr schön aus. Und das war auch der erste Teil. Ich würde sagen, wir sehen uns beim zweiten Teil wieder. Bis dahin, Leute. Bleibt geschmeidig. Lagerflogs von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almes. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.